Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ja, das war extra. Sehr gut. Damit starten wir nämlich die Mission neu. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Oh, Mann! Sehr gut. 16.12 Uhr haben wir schon. Ach, du schaust. So, warte, ich gucke mal auf meinen zweiten Reichen. Ah, was ist noch der denn? Noch 13 Minuten. Yay. Geht doch. Dass der Busfahrer auch noch die Tür aufmacht. Sehr schön. Danke, dass du Platz machst. Ich habe Kontrolle verloren. Nein. So. Ups. Er hat gute Bremsen, dieser Bus. Muss man ihm lassen. Oh Gott, die Musik schon wieder. Oh, Mann. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Schlecht war das nicht. Problem war der Hund. Ja, oh, Gulli. Was geht's, Retro? Du regnst die Sons. Aber dann ist das okay. So. Sehr gut. Einfach mal komplett überspringen. Wie gesagt, schlicht war das da hinten nicht. Okay. Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Okay. Ich glaube, ich weiß eine Art und Weise, wie man die zerstören soll. Wir müssen die Typen ja nicht ausschalten. Ich weiß, wie wir das da machen sollen. Das haben wir gerade eben falsch gemacht. Und zwar, guck mal hier. Ja, das ist ja schön für euch. Da ist der Blas. Ups. Ja. Toll. Sehr gut. Jetzt haben wir ihn doch wieder. Okay. Der Typ hier die ganze Zeit daneben steht, Alter. Nervt voll. Okay. Bei der ersten Gelegenheit wirst du zerliegt. Da ist ein Einrichtling im Netzwerk. Okay. Angst. Gar nicht richtig zerliegt. Zeige euch. Okay. Der ist jetzt noch gesperrt. Das dauert wahrscheinlich noch ein Sekündchen. Gut. Komisch, oder? Hey, was habe ich gehört? Ich wollte gerade sagen. Was ist da los? Jetzt weiß keiner so genau, was da los ist. Ich mache das nur, glaube ich, wieder unglaublich kompliziert. So, jetzt sollte ich Markus da mal gerade Sekt bringen. Wo steht der denn? Der steht oben drauf. Ist nicht so die gesündeste Position dafür. Ja, jetzt komme ich nur nicht mehr dran. Ist die Frage, überlebe ich das hier oben? Das war einer. So. Das war auf jeden Fall verdammt elegant. Wo ist denn der zweite Automat? Ach, hier oben stehen die. Okay. Die rennen draußen rum, fällt mir gerade auf. Miau, 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 miau. Okay. So. Oh, Geld. So. Das ist ein... Der hat nichts damit zu tun. Okay. Was war denn gerade hier drunter? Oh, fuck. Komplett wieder rausgeschleudert. Okay, ich dachte, es wäre was Größeres gewesen. Wie zerstören wir den denn? Da kommt man ja nicht hin. Ich würde sagen, wir versuchen das nochmal. Mal. So. Wow. Nicht so cool. Scheiße. Goddammit. Fuck. Okay. Das sollte so nicht passieren. Nee, das funktioniert so nicht. Okay. Voll nervig. Wie soll ich das Ding kaputt bekommen? Bei so vielen Leuten, Alter. Jetzt läuft es wieder. Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall, weil ich hier keinen klaren Blick drauf habe. Was soll ich die denn hier oben manipulieren? Da ist eine Treppe dazwischen. Da ist keine Treppe dazwischen. Natürlich hast du was gehört. So, damit habe ich auf jeden Fall mal eine klare Kamera hier. Irgendwann. Ich habe was gehört. Shit. Oh, ich misst was. Oh, fuck. 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 Okay, hat er sich jetzt doch nur festgeglitscht? Ich bin ein wenig was verwirrt. Okay, man kann einfach dagegen fahren. Ja, gut, dann. Fuck. Ah, ich dachte, ich hätte mich jetzt festgefahren. So. Sehr gut. Also, einmal kräftig mit Schwung dagegen fahren, dann gehen die einfach kaputt. Sehr schön. Okay. Komm, geh nochmal auf Seite, ich blinke Hm Ah, was erreicht, warte, 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 zurück, 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 zurück Wie soll ich die denn kaputt machen, mit dem Boot oder was, das bringt doch nichts Ja, runter Das wird doch nichts So, tschüsschen Äh, okay, also wenn ich den explodierenden Container hier ran bekomme, an die Seite Dann müsste es eigentlich schon reichen, die zu zerstören Die Frage ist mal, haben wir noch irgendwo explodierende Container? Ich denke mal, dass das hier explosiv ist Oh, das steht sogar auf einer Palette Ich hoffe mal, dass das mindestens jetzt mal ein bisschen was Gewicht an sich hat Ich wünsche mich meine Damen und Herren Ich wünsche michшт Lawrence Ich wünsche mich Steel Ich wünsche michkie Vielen Dank Hhält